Weil dieses Orientier-Ring, ich feier es ehrlich gesagt nicht. Ich finde das Orientier-Ring ziemlich, hm. Es geht wieder los über die Pümmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Gut, so ein Teil von Switch Go Vacation. Heute machen wir wieder das Orientier-Ring mal wieder, ja? Ist eine gute Idee, denke ich. So. Willkommen im Seresort, Madi. Schau mal, so sieht dein Fortschritt beim Orientier-Ring momentan aus. Okay, wir machen erstmal die Chat-Bot-Tricks, dann gehen wir ins Stadt-Resort und machen Skateboard was. Und dann machen wir den Schneeball. Na, wie sieht es aus? Wenn du ein Orientier-Ring-Erfang abschließt, erhältst du viele Punkte. Das wird bestimmt richtig viel Spaß machen. Ja, bestimmt. So. Als allererstes, bevor der Part aber losgeht, grüße ich jemanden. Und zwar grüße ich... Oh. Muss ich kurz nachschauen. Ah ja, hier. Ich grüße... Miren. Hi. Du wolltest gegrüßt werden. Und wenn ich jemanden noch gegrüßt habe, dann schreibt das in die Kommentare. Dann mache ich das nach. Aber natürlich nur von Leuten, die ich noch nicht gegrüßt habe. So. Äh, wohne ich gerade hin eigentlich? Rekorder war ja beim Chat-Bot-Tricks. Die Chat-Bot-Tricks sind ja, soweit ich weiß, da hinten, ne? Ich fahre da einfach mal hin. Und dann machen wir das. Die... Das Orientier-Ring... Sagen wir so, einerseits war ich... Wollte ich das mal wieder machen, das Orientier-Ring. Andererseits ist mir gerade nichts Besseres eingefallen. Was ich noch tun könnte. Ich bin einfach im Strand gewesen. Okay, ich bin... Gut. Und hier ist auch noch ein... Uh. Hier ist auch noch ein Duell. Das würde ich auch gerne machen. Ich würde sagen, weil das Orientier-Ring ja schlecht fix gehen sollte, machen wir das Duell einfach vorher noch. Hi. Kali-Mari. Kali-Mari. Nicht Marie. Marie. So heißt sie. Chat-Bot-Tricks, ja. Muss ich mal schauen, aber das sollten wir schon hinbekommen. Wie man spielt, ich möchte bitte die Bewegungsstörung haben. Mal die Tricks mal angucken. Das hier. No-Hander. No-Flag. Front-Flap. Back-Flap. Side-Flap. Doppelt. 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 Dömer-Schlag. Ist okay. Ist machbar. Full of Hope geht mit dem rechten Stick. Okay. Schauen wir mal. Also, wenn ihr den... Wenn ihr den vorletzten Partner nicht gesehen habt, also das mit der Abfahrt, dann schaut ihn auf jeden Fall an. Da habe ich ziemlich versagt. Und ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir da etwas Gutes hinbekommen. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich bin Profi. Okay, das war ich gar nicht so geplant, aber okay. Ich will das gar nicht so machen. Ich kann die Tricks halt wirklich nicht so gut mit, ähm, mit der Switch, äh, Steuerung. Bin echt nicht so der Profi drin. Komm, fahr mal hier nochmal hoch, machen noch ein paar Tricks. Ich bin echt ziemlich schlecht, oder? Ich weiß gar nicht, wie gut ich bin. Ich habe gerade keinen Bock zu rechnen, ehrlich gesagt. Naja, aber so schlecht kann ich nicht sein. Ich habe verloren, tatsächlich. Krass. Okay, dann machen wir nochmal. Krass. Also Kalimari ist gar nicht so schlecht. Ich hätte noch ein 316 nachhauen können, hinterher. Stabil. Ein Engkuchen ist ja mit Z, stimmt. Das sieht zwar so toll aus. Ja, aber ich sage, machen wir ein paar von denen hier. Spiel mir dann eigentlich am meisten. Wow, das war ein Lame. Wow. Was war das denn? Wir haben geboren. Nice. Stabil, würde ich sagen. Also wenn ihr fragt, warum ich so leise rede, ist das ein bisschen, weil es schon spät ist. Hier war das geklärt. Und dann haben wir das geschafft. Wir haben Kalimari, also Kalamari besiegt. Und schon würde ich sagen, wir widmen wir uns jetzt einfach mal schön dem Orienteering. Und dann haben wir eigentlich einen guten Part, eine gute Partlänge, denke ich dann auch. Ich meine, die anderen Sachen werden nicht so schwer sein. Also das mit dem 300 Trick-Combo geht easy. Und ja. Glück, dass der Kinn ist, war keine Mario drauf. Ja, danke. Danke für Glückwunsch, äh, Dingser, Bumser. Wo bin ich jetzt? Kalamari besiegt, das ist gut. So, und fang mal hier. Profi. Junge, Hund, was macht ihr denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Menschenskinder. Junge, jetzt habe ich da auf dem Schiff stehen kann, ist so ein Witz. Ich bin gerade echt retarded, ich weiß auch nicht gerade, was ich tue. Können wir einfach vorbeifahren, eine Möglichkeit, glaube ich. Ja, meine Muckis sind nicht unglaublich? Nein, sind sie nicht. Und hör auf, mich mit zu reden. Erstmal, erst mal sagen, nö. Mit solchen Angebern drehe ich erst gar nicht. So. Was sollte ich echt gerade machen? Ich habe es vergessen. Ah ja, ich sollte es einmal machen. Und dann bekomme ich die Punkte eben. War Trickfahrt? Trickfahrt? Ich glaube, es war Trickfahrt. Ich weiß es gerade nicht. Uh, ich weiß es gerade echt nicht, was es war. Naja, schauen wir mal. In dem Fall machen wir beides. Schauen wir mal. Das ist aber ziemlich schwach. Das haben wir halt schon mehr als damals, fast. Das ist nicht so hart. Wir haben jetzt die hermische 1000. Sehr schön. Wie viel schaffen wir denn insgesamt? Keine Ahnung. Sehr schön. Erstmal ein 1080 rausgehauen. Komm, einen machen wir noch. Nein, ist 1516. Sogar besser als vorher gegen die andere. Ist ja schön. Okay, jetzt haben wir 1516 Punkte bekommen. Okay, das bedeutet es. Also, jetzt verstehe ich das auch. Okay, cool. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Die erste Aufgabe vom Orienteering. Und nun geht es dann gleich weiter ins Stadtresort. Und da machen wir ein bisschen Sliden. Sliden wir ein bisschen. Und dann bauen wir einen Schneemann. Also, halt die Kugel draufrollen. Und ja. Oh, ich habe es kapiert. Der beste Weg, um Tricks zu lernen, ist, bei anderen beide Ausführungen zu sehen. Zeigen wir später noch ein paar. Mal, diese neue Rekord. Glückwunsch. Ja, danke. Also, wie was nächstes kommt. Ja. Ich werde jetzt erstmal ins Stadtresort gehen. Das kommt als nächstes. So, Resort wechseln. Und wisst ihr, warum das Rot blinkt? Das, die Aktivität. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warum? Ähm, Resort wechseln. Jetzt ist es jetzt abends. Und jetzt ist es inzwischen schon Nacht geworden, müsst ihr wissen. Und deswegen, ja. Mal gehen wir jetzt hier hin. Hier Resort sind andere Tiere zu Hause. Also, mit linker Stick geknipst, Fotosammler ans Werk. Na, eigentlich wird ja mit linker Stick nur die Fotokamera rausgeholt und mit A geknipst. Aber okay. Und die Tipps sind eh unnötig. So, dann sind wir jetzt in einem schönen Stadtresort. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, sieht gut aus. Wir müssen 300 Stinks leiden. Dann schauen wir es euch nochmal schön an, sagen wir mal. Und zwar hier. Schauen wir uns das nochmal an. 300 Punkte, ein Dick Pombo. So. Wo machen wir das Ganze denn? Wir könnten hier aber im Kreis slide herrisch. Das ist gar nicht so einfach, aber könnten wir probieren. Ah doch, könnten wir schon probieren. Es wäre schon lustig, wenn ich das schaffen würde. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Weil das Zelt ist noch nicht, oder wie? Wie viel müssen wir machen? Erhalte 300 Punkte oder mehr für einen Trickkombo. Ach, Tricks. War das jetzt kein Trickkombo? Das war noch jetzt... Oder so immer. Das war noch alles eigentlich genug, oder? Ich weiß nicht, was der Feuer will. Na ja, gut. Dann könnt ihr es natürlich auch im Ufo machen. Theoretisch können wir es auch denn bei den Ufos machen. Ich weiß halt echt nicht, was mit dem Trickkombo gemeint ist. Hm. Wir können es natürlich auch hier draufstellen und die ganze Zeit im Kreis slide. Aber ich hatte eben auch 300 Punkte gemacht, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Wir können jetzt hier auf 300 Punkte slide, theoretisch. Machen wir mal. Wir sind hier immer auf 300 Punkte. Das dauert zwar ein bisschen und ist ziemlich unkomfortabel, aber es geht. So, jetzt sind wir schon 130, fast die Hälfte, jetzt sind wir bei der Hälfte. 173. Nicht runterfallen hier, alles gut. Jetzt sind wir 250. Jetzt haben wir es auch gleich. Noch einmal. Jetzt haben wir es. Ich weiß nicht genau, was es mit diesen Pricks auf sich hat. Meint der im Trickding, dass ich es alles auf einmal mache, oder wie? Schauen wir es mal kurz an. Halte oder mehr für eine Trickkombo. Ach, im Skateboard. Oh mein Mann, ich kann weinen. Ich dachte mir, wieso geht das nicht? Und es lag daran, dass ich der Inline-Skater so war. Ich bin ein Profi. Alles klar. Wir wollen es doch nochmal hier machen, glaube ich. Komm, wir schaffen das nochmal. So, müssen wir drauf springen. Ich finde es echt cool hier. Wer das hier macht. Ihr wisst, ist ein Skateboard schwer da? Ich weiß nicht. Ich muss mal, äh, tauschen und alles rum. So ist es besser. Oder? Ist es doch besser? Das war knapp. Ich feiere unseren Hund irgendwie. Nein! Oh, knappe Sache. Wir ziehen es einfach hier durch. Zu lange, auch wenn es noch ein paar Jahre dauert. Ihr könnt mal sagen, was ihr gemacht habt. Wahrscheinlich bei den Ufos, wo wir das gerade probiert haben. Aber es ist echt ein bisschen scheiße, dass es nur mit dem Skateboard ist. Ich dachte mir so, hä? Gerade so hatte ich keinen richtigen Brainfuck. Warum geht das nicht? Naja, ist ja egal. Ich mache es eben hier. Ich kann es mal probieren hier, ob ihr es auch schafft. So hat es nicht cool hier. Hier, ich mache es hier gerne. Kawaii-Insel Resort-Info. Heimat der spannendsten und abenteuerlichsten Schiedbisten. Das Kawaii-Schnee-Resort will ein ganzjähriges Wintersport verkaufen. Unsere Events sind so heilig, dass wir in den Schnellen sind. Hier fehlt es an nichts. Also auf zum Kawaii-Schnee-Resort. Ja, auf ins Kawaii-Schnee-Resort. Ihr habt sie gehört. Wir gehen jetzt ins Kawaii-Schnee-Resort. Sie hat recht, die Frau. So, nee. Wir wollen ja noch das Orientierung fertig machen. Und... Ja. Wir wollen das Orientierung fertig machen. Halte X und R gedrückt. Okay. Kann man mal machen. Mal schauen, ob das jetzt schon klappt oder ob das im anderen Ladebildschirm ist. Aber es müssen Wolken sein. Okay, es hat nicht funktioniert. Ist ja egal. Ja, wir kommen. Schau mal, sieht's aus. Okay. Wir müssen Schnee mal bauen. Okay, ist gut. Wissen wir, wie's geht. Ein bisschen wolkig ist es schon. So. Wir müssen erstmal zum Schnee... Oh, warte, ich hab die falsche Steuerung an. Äh... Wir müssen erstmal hin zu dem Ball, zum Schneeball. Und dann bauen wir den einfach schnell. Der Schneeball liegt nämlich da. Und da ist der Schneeball zum Drauflegen. Tja. Hab ich ja damals im V-Teil auch ein Video zugemacht. So, alle Bälle an ihren richtigen Platz und so weiter. Aber, ja, es ist halt hier ziemlich unnötig. Weil dieses Orientierung, ich feier es ehrlich gesagt nicht. Ich find das Orientierung ziemlich, mhm... Verschwendung von den Fähigkeiten vom Spiel. So. So, schön der Schneemann. Dann würde ich sagen, war's das von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gib gerne einen Daumen nach oben. Und ich halt's auch mit dem Aufnehmen, weil es dunk... Äh, es ist ein dunkles... Nee, weil es schon spät ist. Dann anschauen, ciao, herziger Fick. Tschüss. 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 Tschüss.